Kapitel 18 Sie spürte den Schlag und sie spürte sein Gewicht auf sich. Sie nahm seinen abgehackten, widerlichen Atem wahr und seinen Geruch. Vor allem nach Tabak und Alkohol. Eindeutig zu viel Alkohol. Sie versuchte sich zu befreien, schlug zu und schrieb bezweifelt, als sie ihn einfach nicht von sich herunter bekam. Nein, sogar seine ekelhaften Finger auf ihrer nackten Haut spürte sie. Hermine würde wahrhaftig alles ertragen, aber das nicht. Zeig mir, dass du es wert bist, dir wie eine kleine Adlige gehalten zu werden. Zeig mir, was Mervoy mit dir macht und warum er dich zum Teufel nochmal nicht heilen möchte. Ächzte der Mann und Hermine schrie erneut. Sie schreckte auf und saß kerzengerade im Bett in dem beinahe dunklen Zimmer. Ihr Atem ging schnell und sie spürte, wie panisch ihr Herz in der Brust schlug. Sie hatte das Gefühl, gerade geschrien zu haben. Vielleicht hatte sie das wirklich. Sie fuhr sich mit der Hand an die nasse Stirn und spürte Schweißperlen. Rabastan kam ihr immer wieder in den Sinn und dann... Malfoy. Malfoy, der plötzlich da gewesen war mit Blaze Sabini. Ihre Hände tasteten unter der Decke nach ihren Beinen. Sie hatte Schmerzen. Schmerzen in den Gliedmaßen und ihr Kopf brummte seltsam. Aber da war kein Schmerz, der darauf hindeutete, dass mehr passiert war. Was nicht geschehen war. Wegen Malfoy. Er kann dir nichts mehr tun, sprach eine vertraute Stimme und Hermine zog sie innerlich so heftig zusammen, dass sie das Gefühl hatte, ihr Herz höre kurzzeitig aufzuschlagen. Malfoy tauchte auf, blieb am Bettende stehen und mussete sie mit seinen grauen Augen, die wie Silbermünzen funkelten. Snape hat ihn wegbringen lassen. Er darf das Haus nicht mehr betreten. Sie schüttelte den Kopf und spürte, wie die erste Träne kam. Was ändert das schon? Er zog seine Brauen nach oben. Was das ändert? Ja. Er wietete sie schwach und er schnaubte. Er kann dir nichts mehr tun. Das ändert es. Sie schüttelte schwach den Kopf. Bis der Nächste kommt und denkt, dass er das Recht hat, das zu tun. Denn was hatte sie schon für Rechte hier als Gefangene? Gar keiner. Oder der dunkle Lord mich freigibt, weil ich wertlos bin. Waren das nicht deine Worte? Und dann konnte sie nur hoffen, dass man ihr den Tod schenkte, statt sie weiterhin gefangen zu halten. Das wird nicht passieren, meinte Malfoy ruhig und sie hätte beinahe aufgelacht. Sei nicht dumm, Malfoy. Wir wissen beide, dass ich nutzlos für den dunklen Lord bin. Ich habe keine Informationen, die ihm helfen, Harry zu schnappen. Er wollte widersprechen, doch sie ließ ihn nicht. Und du weißt auch, dass Harry nie hier persönlich auftauchen wird, um zu versuchen, mich zu befreien. Niemals. Selbst wenn jemand vom Orden hier aufschlägt, wird es nicht Harry sein. Und alle anderen wären wie sie einfach nur nutzlose Mitglieder des Ordens. Schlussendlich kam es auf Harry an und nicht auf die einzelnen Mitglieder. Wie lange, denkst du, wird Voldemort noch warten, sagte einen Namen nicht, presste Malfoy schwer hervor. Wie lange, fragte sie erneut und ignorierte seinen Einwurf. Wir werden uns schon was einfallen lassen, sprach der Blonde und Hermine wollte ihn am liebsten schütteln. Was einfallen lassen? War das sein großer Plan? Was willst du denn tun? Du bist einer seiner treuen Diener. Wenn er sagt, spring, tust du es. Seine Augen verdunkelten sich. Ist das nicht so? Haktte sie nach und Hermine legte den Kopf schief. Oder wirst du Selbstansprüche erheben? Granger, murrte er. Es gibt nur zwei Lösungen, sprach sie und holte Tiefluft. Entweder du tötest mich und ersparst mir einen weiteren Übergriff. Oder? Fragte er tonlos und sie hielt seinem eiskalten Blick stand. Was hatte sie schon noch zu verlieren? Gar nichts. Wir fliehen. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, obwohl es nur Sekunden waren, als er begann den Kopf zu schütteln. Nein. Er wandte sich von ihr ab und ging Richtung Fenster. Du musst doch sehen, dass es keine andere Option gibt. Er schnaubte böser. Option, du hast keine Ahnung, Granger. Sah er nicht, dass es keine anderen Wege mehr gab? Du kannst es doch nicht wirklich gut finden, was dieses Regime macht. Granger, knurrte er. Selbst du kannst nicht so krank und verrückt sein, um das richtig zu finden. Dann sprach sie verzweifelt weiter. Er konnte nicht glänzlich schlecht sein. Ja, er war zu dem geworden, was sein Vater und die anderen Todesse aus ihm gemacht hatten. Aber kein Mensch kam böse zur Welt. Auch kein Draco Malfoy. Und da war Narcissa Malfoy. Narcissa, die sich um sie kümmerte. Die im Grunde eine gute Frau war. Sie konnte unmöglich Draco zu dem gemacht haben, was er jetzt war. Vielleicht hatte Narcissa recht. Draco tat das, was er tun musste, um das Leben seiner Eltern und sich selbst zu schützen. Zumindest hoffte sie das. Bitte, Malfoy, wispere sie schwer. Bitte lass uns gehen. Er sagte nichts. Wir könnten fliehen. Gemeinsam. Mit deiner Mutter. Hör auf, Granger. Der Orden wird uns helfen und... Schluss damit! Untersprach er sie scharf und sie zuckte zusammen. Seine Augen funkelten vor Wut. Denkst du wirklich, dass das so leicht wäre? Sie hatte nie behauptet, dass es leicht sein würde. Ich habe mich entschieden, verstehst du das? Damals, nach dem fünften Jahr, habe ich mich entschieden. Er wandte sich erneut von ihr ab. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es gibt immer einen Weg, schützte sie und er lachte lustlos auf. Haha, ja, das ist das, was Menschen wie du denken. Aber die Realität sieht anders aus. Du hattest keine Wahl, sprach sie und erblickte über seine Schulter. Das sagt zumindest deine Mutter. Und was für eine Wahl konnte er als Kind schon gehabt haben? Was glaubst du, dass der Orden begeistert reagieren wird, wenn ich mit dir auftauche? Ich könnte erklären... Fing sie hoffnungsvoll an. Was erklären? Warum ich ein Todesser bin? Wieso ich die Todesser in Hogwarts reingelassen habe? Die vielen Toten? Die vielen Folterungen? Oh ja, ich bin mir sicher, der Orden wird begeistert reagieren. Nun, vermutlich nicht, aber das würde sich schon regeln lassen. Also vergiss es, Granger. Sie wollte etwas sagen, doch er deutete auf das Nachttischschränkchen. Nimm deinen Trank und mach keinen Blödsinn. Malfoy, fing sie an. Und zuckte erneut zusammen, als er die Tür in der Sicht zuschlug. Sie starrte einen Augenblick auf die geschlossenen Zimmertür, bevor sie wahrnahm, wie etwas auf ihren Handrücken tropfte und sie bemerkte, dass es ihre eigenen Tränen waren. Sie legte sich wieder hin und rollte sich unter der Decke zusammen, wie einen kleinen Ball, während sie versuchte, sich zu beruhigen, was ihr nicht wirklich gelang. Er konnte nicht gänzlich schlecht sein. Niemand war das. Wieso sie gerade das nach all den Wochen dachte, konnte sie sich selbst nicht erklären. Seine Reaktion nach Haberstans Versuch, sie zu vergewaltigen. Er war wie ein Irrer auf den Bruder seines Onkels losgegangen, und er hatte sie festgehalten, tröstend und sanft auf sie angeredet, bis Narcissa und Snape dagewesen waren. Vielleicht wirst du verrückt, wispete sie in die Schille des Zimmers sich selbst zu. Ja, vielleicht wurde sie einfach nur verrückt. Narcissa mustete ihren Sohn mit Sorge, während sie gemeinsam zu Abend aßen. Er wirkte noch in sich gekehrter als sonst, und das sollte bei ihrem Sohn schon etwas heißen. Draco? fragte sie, und er blickte auf. Ist alles in Ordnung? Er nickte Sturm und griff nach seinem Weinglas. Bist du sicher? Ja, antwortete er. Ich denke nur nach über Granger. Sie zog fragend ihre Brau nach oben. Ihr geht es wesentlich besser. Das hat sie mir heute selbst gesagt. Anders als die Tage zuvor. Rabastans Übergriff hatte körperliche Beschwerden wie blaue Flecken hervorgerufen, aber vor allem erneut den psychischen Zustand abermals aufgekratzt. Doch heute war ein guter Tag gewesen. Zumindest empfand er Sancissa so. Sie sah dabei zu, wie ihr Sohn in Ruhe das Fleisch kleinschnitt. Sie denkt, dass wir fliehen sollten. Zum Orden. Narcissa hörte den Satz, versuchte ihn zu verstehen, und sah dann einfach nur geschockt ihren Sohn an. Wie bitte? Ja, meinte er beinahe gelangweilt. Das ist eine ihrer Optionen. Entweder wir fliehen alle gemeinsam, oder ich soll sie umbringen. Narcissas Herz schlug aufgeregt. Und was hast du ihr geantwortet? Dass ich mich schon längst entschieden habe, und dass es für mich keinen anderen Weg gibt. Sie mussete ihn. Sei das wirklich so? Für immer der treue Todesser in den Reihen des dunklen Lords? Ihr Sohn war nie wie viele dieser Männer gewesen. Er hatte keine Freude daran, Menschen zu quälen. Es machte ihm keinen Spaß. Er tat das, was er als seine Arbeit ansah, und Narcissa gefiel der Gedanke nicht, auch wenn sie wusste, so wie scheinbar er auch, dass er einfach keine andere Wahl hatte. Aber mit einem hat sie recht, fuhr er fort. Wir brauchen einen Plan. Einen Plan? fragte Narcissa irritiert. Wozu? Er sah auf und er wirkte so viel älter. Manchmal vergaß Narcissa, dass ihr Sohn kein kleiner Junge mehr war, sondern ein Mann. Wenn sie unwichtig wird, wird der dunkle Lord sie entweder wem zuschachen oder sie töten lassen. Ich tippe eher auf Zweiteres. Zumindest zum Schluss. Ich denke, er wird es inszenieren. Inszenieren? Wiederholte sie. Wieso sollte man so etwas inszenieren? Um den Orden und den Menschen, die an den Widerstand glauben, ein Zeichen zu schicken. Deshalb, meinte er Lapidar. So würde ich es zumindest tun. Daran hatte sie gar nicht gedacht. Granger hat ein Ablaufdatum. Sie murmelte seinen Namen. Musste er hier so reden? Und vergessen wir nicht deine Schwester, meine geliebte, verrückte Tante, spottete er und führte sich einen Bissen zu, während Narcissa es unterdrückte, mit den Augen zu rollen. Bellatrix war nach dem Überfall und dem damit verbundenen Wegschicken von Rabassan völlig durchgetreten. Es hatte gerade noch gefehlt, dass sie hochstürmte und Granger runterholte, um sie zu quälen. Sie war wütend gewesen. Wütend darüber, dass Draco die Hand gegen einen Familienmitglied erhob und noch ärgerlicher darüber, dass Ney Pravastan aus Malfoy Manor verbannt hatte und das alles nur wegen einer Muggelgeborenen. Sie hatte Narcissas Widerspruch ignoriert, dass auch sie so ein Verhalten in diesem Haus nicht tolerierte und dies gerne so in dem alten Anwesen der Lestrange gehandhabt werden konnte, aber nicht hier. Seid, wenn bestrafen wir Reimblüter, wenn sie schmutziges Blut bestrafen? Hatte Bellatrix gekeift. Wobei, wenn Bellatrix sie in die Hände bekommt, eine Inszenierung vermutlich wegfallen würde. Bellatrix Opfer erkennt man meistens nicht mehr. Narcissas legte ihr Besteck weg. Er wurde bei den Gedanken schlecht. Draco schien das wenig zu stören, er aß in Ruhe weiter. Wäre es wirklich keine Option? fragte sie provokant und er sah auf. Ist das ein Ernst? Es ist eine Frage. Draco, erwiderte sie schlicht. Oh, ich bin mir sicher, der Orden wird uns mit Kusshand empfangen, spottete er. Draco, rummelte sie und er sengte das Besteck. Denk nach, Mutter. Denkst du, der Orden wird uns aufnehmen? Wer konnte das schon sagen? Sicher, du hast gute Chancen, aber wenn ich dabei an Vater oder mich denke, ich denke, entweder gewinnt der Dr. Lord oder wir werden alle mit ihm untergehen. Sie griff nach seiner Hand. Du bist noch so jung, Draco. Du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Er schnaubte. Was? Soll ich mich darauf einstellen, irgendwann zu heiraten, Kinder zu bekommen und einem normalen Job nachzugehen? Ja, sagte sie fest, als könnte das schon allein ausreichen, um es wahr werden zu lassen. Wenn es das ist, was du willst, dann ja, Draco. Sie wollte, dass er glücklich wurde, dass er diesen fürchterlichen Krieg überlebte und sein Glück fand. Ich denke nicht, dass das für uns offen steht, Mutter, meinte er leicht gequält und sie seufzte, bevor sie ihre Hand zurückzog. Es gab einen Menschen, den sie fragen konnte. Einen Menschen, mit dem sie schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, aber sie könnte ihr schreiben. Sie würde ihr sicherlich helfen. Das hat sie damals versprochen, als sie sich das letzte Mal heimlich gesehen hatten. Dass, wenn Narcissa irgendwann Hilfe brauchen würde, sie für sie da war, weil sie Geschwister waren. Vielleicht wurde es Zeit, Kontakt mit Adromeda herzustellen und um Hilfe zu bitten. Nicht für sich selbst, aber für ihren Sohn, der sein Leben, sein ganzes Leben noch vor sich hatte und für den Narcissa wirklich alles tun würde.